Tja, Leve Lü, wartet nicht all die Spionstus. Also da ist doch da so ein Deutscher. Deutsche Pass. Hei können spreken. Wille Finnen Lü. MdB. Und da fliegt er dann immer aus seiner schwäbischen Heimat in die Bundeshauptstadt zum Bundestag. Und da wettert er dann immer über die schlechte Luft. Durch die Autos und das alles. Und wenn er spricht, dann zucken die anderen richtig zusammen. Und wenn er dann fertig ist, im Bundestag, dann ganz schnell zum Flugplatz. Und dann fliegt er mit dem Flugzeug in seine schwäbische Heimat. Und das haben nun die Schwaben mitgekriegt. Und da haben sie nun gefragt, sag mal Deutscher, du wetterst da im Bundestag immer so über die schlechte Luft. Wie ist denn das mit deiner Vielfliegerei zu verantworten? Ja, sagt der Deutsche zu den Schwaben. Ich bin viel Flieger und deshalb habe ich einen Preisnachlass. Na ja, und da haben dann die Schwaben drauf gesagt. Und auf billige Art und Weise verpestet es die kräftige Luft. Und da hat der Deutsche dann gesagt. Wir sind hier in Deutschland. Bitte Maul halten. Und da haben ihm die Schwaben gesagt. Ob so, was wir decken, hätten wir schon lured. Teuf Maul.